Sag mal, hast du in deinem Leben schon mal einen Podcast gehört? Einige. Aber selbst habe ich noch keinen gemacht. Heute machen wir einen gemeinsam. Ich auch nicht, das ist ein Highlight für mich. Ich bin gerade sehr nervös. Heute machen wir einen gemeinsam und nennen ihn bilateral. Bilateral Podcast. Ja, Podcasts. Bilateral Postcards. Postcards Nummer 1. Ich kann Postcards nicht aussprechen. Also ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, würde ich sagen, du lässt das einfach alles drin. Ich lasse das einfach alles drin und begrüße die Zuschauer so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.